Musik Die Dombauhütte Köln hat auch heute den symbolisch ersten Stein für den Neubau des Miqua-Museums hier an dieser Stelle gefertigt. Auf der Außenseite gibt es dann die Möglichkeit, den Deckel wegzunehmen. Dort werden dann die Urkunde und alles eingesetzt. Bei der Gestaltung habe ich Wert darauf gelegt, erstmal eine ruhige Form, eine gute Form zu finden. Ich kam sofort zum Quadrat. Ja, hatte mich viel Mühe und vor allen Dingen viel Freude, hat es mir gebracht, Mühe gekostet. Ich habe das sehr gerne gemacht. Es war mir eine große Ehre. Dankeschön. Bravo.